Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Bei mir sehen wir uns wieder. Heute gucke ich für euch Oberschienen Curry mit Cooked Banana. So, machen wir jetzt anfangen. Ich messe ein bisschen Öl in die Pfanne. Cooked Banana für Curry ist sehr interessant. Es ist nicht so süß, aber ist sehr angenehm. So, Bananas scharf am Blatten. Weiter, Inver. Also, Inverhaken und dazu am Blatten. Ein bisschen Kalamon. Und ein Fleisch Chili. Und Kalam Masala. Ein bisschen mehr Kalam Masala Curry. Und Kreuzkümmel. Ein bisschen düngsten. Und guter Geschmack. Gemüsebrühe, Abdösung. Chitrone Glas. Ein bisschen schlagen. Und drei Stück schneiden. Die Mähneblatt. Kokosmeer dazu. Mmm. Und ein bisschen Tamari. Noch ein bisschen Yakon Silo. Jetzt circa 10 Minuten Kokenlasen. Weiter schneiden die Aubergine. So, alle zusammen koken. Weiter noch kicken essen. So, mir lasst lecker fünf Minuten kochen. Die Mähneblatt weg. Und Chitone Glas auch. Die Bände. Ein bisschen Fleisch. Und ein bisschen Schaffer dazu. Und ein bisschen Schaffer dazu. So, jetzt probieren. So, jetzt probieren. Mmm. Clemig und würzig. Das ist eine super Curry. Also, vielen Dank für Zuschauen. Bis nächsten Mal. Warum? Bis zum nächsten Mal.